Hallo liebe Zuschauer, willkommen wieder bei Dragos News. Ich habe noch ein paar wichtige Sachen. Es wird wahrscheinlich morgen auch wieder ein Dragos News geben mit dem neuen Mikrofon und Headset und so weiter. Ich hoffe aber, dass ein Mikrofon nicht zu teuer ist, weil sonst kann ich es mir nicht leisten. Ich habe nur ungefähr 500 Euro zur Verfügung. Vielleicht auch 700 Euro. Ja, eventuell muss ich es einfach später kaufen. Ich habe das Geld. Ja, heute hatte ich das Gespräch mit meiner Beiständin. Das ist einfach die Frau, die auf meine Rechnungen zu acht gibt, dass sie sie auch bezahlt und so weiter, weil ich eben nicht so gut will alles kontrollieren und weil ich eben auch schwer krank bin. Auf jeden Fall kam es richtig gut raus. Ich mag sie endlich wieder. Sie ist nicht mehr so hart und streng zu mir. Sie weiss es auch, wieso. Und ja, das macht vor allem eins aus und das ist, ich bin jetzt viel, viel flexibler. Ich habe Paypal jetzt. Ich muss es nur noch morgen aktivieren, beziehungsweise einfach die Rechnung anschauen, wie viel Geld da drauf ist. Und danach ist es eigentlich gut so. Dann kann ich mir Paypal zahlen und kann ich mir zum Beispiel eine GoPro kaufen. Das ist eine mega gute GoPro. Ich kaufe die neueste natürlich und auch die grösste. Und die wird einfach nur genial sein. Ich weiss nicht, ob ich die kleine sogar nehme. Ich weiss jetzt nicht genau, wie gut die ist, aber die hat ja mal mega coole Sachen. 4K-Auflösung. Die spinnen ja. Ich lade die 4K-Videos hoch. Ist mir egal, wie lange es geht, aber das ist ja mal übertrieben heftigst. Mann, ich liebe das einfach. Das ist so cool. Was hat er geschrieben? Habe ich OP? Probier's. Ich schreibe immer Schweizer, so ich probier. Ich weiss auch nicht, wieso. Ja, auf jeden Fall. So, gut. Dann haben wir das fertig hier. Muss halt noch ringsum noch ein bisschen sein. Hier hinten auch noch ein bisschen. Ja, mehr ist es nicht. Prima. Jo. So. Hier muss ich da noch bauen. Also jetzt das zweite. Mountain Blade Warband. Es ist nicht ganz so beliebt, aber ich möchte es gerne weitermachen, nur nicht mehr so oft. Das liegt daran, ich mache einfach einen Mod. Den ich öfters mal game, ähm, let's playen werde. Und, ähm, der Mod, der heisst, äh, Warsword, ich glaube Warsword, oder noch etwas dazu. Auf jeden Fall ist es ein Mod über Warhammer und ihr wisst ja, ich bin ein extremster Warhammer-Fan. Ich hatte früher immer die Spielfiguren, die habe ich jetzt leider nicht mehr, die gingen kaputt einmal, wegen dem Lagern. Es war einfach zu heiss im Estrich und dann liefen sie, also die Farbe lief ab. Darum habe ich sie nicht mehr, aber ich kaufe sicher mal noch wieder Figuren. Wenn ich dann eben eine Kamera habe, dann zeige ich es euch, gell? Auf jeden Fall werde ich mich richtig freuen über diesen Mod. Klar. Ähm, gut. Das war es dann. Ähm, heute leider kein Live-Team. Mir geht es nicht so gut. Ich habe riesige Kopfschmerzen. Zum guten Glück ist es keine Erkältung, aber, ja, es ist schon heftig. Also heiss wahrscheinlich. Jaja, ich bin überhetzt. Wahrscheinlich noch ein Nachding von der Erkältung, die ich die Tage hatte. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf, ähm, Taser. Die Elder Scrolls Online werde ich ja weitermachen im Live-Stream. Ich würde mal schauen, ob ich morgen dann kann. Ich hoffe es jedenfalls. Und, ähm, Puff of Exile ist mega beliebt. Dankeschön dafür. Und eben nochmals ein Sorry, dass das Ding nicht mehr geht. Äh, kommt. Ähm, ähm, Champion zur Verregnung. Und, ähm, er will mir helfen. Ähm, ja, ähm, weil es einfach viel zu lange war. Es ist zu mir, ich bin wütend auf das Game. Ähm, ja, äh, gut, er hat mich jetzt abgelenkt. Ich werde mir Diablo 2 kaufen. Ich werde mir World of Warcraft kaufen. Mit allen Addons und so. Und ich werde mir, ähm, wie heißt das Game? Jetzt weiss ich nicht, wie das Game heisst. Es ist wie bei einem Wikinger Monster, das von anderen, ähm, von Wikinger gejagt wird. Das Game kaufe ich ja auch, wenn es rauskommt. Also World of Warcraft kann Weihnachten werden, bis es kommt. Auf jeden Fall, ich werde Vorkräfte wieder machen. Eventuell als Worge oder als Taure, je nachdem. Das dürft ihr gerne schreiben in den Kommentaren. Dürft ihr ein anderes Monster, also eine andere Rasse auch wählen. Und eventuell werde ich zuerst einen Krieger nehmen. Oder ein Dieb. Auf jeden Fall werde ich dann auch noch einen der neuesten Klasse. Ich weiss jetzt nicht, wie die heisst, die neuste Klasse. Aber vor allem von dem neuesten hat man die Klasse. Mach's. Ist sehr idiotisch. Wieso schreibst du erst jetzt? Ich schreibe, wenn es mir einfällt. Ah, wegen dem Video meint er. Ja, das ist jetzt ein perfekter Kreis scheinbar. Naja, geht so. Hier ist es falsch. Also hier geht es sicher auch ein bisschen anders. Ich weiss es nicht. Das ist ja die Mitte. Nein, dann ist es richtig. Das ist die Mitte. Das ist richtig. Ja, das ist die Mitte. Gut. Dann ist es gut der Floster. Also der Sesslic 95. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist slash plugin. Nein, es ist slash help plugin. Nein? Keine Ahnung. Also machen wir hier einen Kreis herum. Ich kann ja das kopieren. Nein, mache ich lieber nicht. Boah, das Schaf hat mich gerade erschreckt. Ich habe gedacht, das wäre irgendwas. Ja, das sieht irgendwie aus wie ein Monster. Es muss nur so pink sein. Sonst ist es ein Fleischmonster. Boah. Jo, was habe ich sonst noch? Ich gehe ins Halmfussball. Weil ich lieber Halmfussball spielen will, als Draußenfussball spielen will. Und ähm... Was hat er jetzt bei der Kugel gemacht? Gesagt. Nö, scheinbar. Mach sie weiter. Auch, please. Ich muss ihm kurz schreiben, was wir auf Plugins haben. Mv, Mvp, Guad, Edit, Permix, Essentials und I. So. Hast du die gebaut? Ich mache, du sagst. Sieh's. Also, dann will ich noch ein bisschen weiter erzählen. Ich habe jetzt schon fast nichts mehr im Kopf, aber... Ja, ich tue das immer im Kopf planen, natürlich. Ähm... Titan Quest kommt wieder im Let's Play. Ähm, jetzt Livestream natürlich. Aber auch als Let's Play natürlich. Ähm... Auf dem Server kommen natürlich auch immer wieder die... Let's... Ähm... Let's Play Livestreams und so natürlich. Und... Ich mache eigentlich alles Let's Plays auch im Livestream. Deshalb komme ich da immer wieder ein bisschen durcheinander. Aber auf jeden Fall, ähm... Gibt es genug Livestreams eigentlich, die ich die machen kann. Ich muss einfach schauen, was zeitlich geht. Und eventuell muss ich halt abends mal ins Hallenfußball gehen. Einmal pro Woche oder so. Tja, aber eben, ich werde immer Let's Playen. Ich höre nicht mehr auf. Außer ich kann mal nicht, weil ich zu krank bin oder sonst irgendwas. Aber ohne Unterbrüche. Ich werde auch nicht in die Ferien gehen. Solange ich nicht im Profi-Fussball bin, so ist es nicht. Ich werde trainieren, hart trainieren und auch in den Ferien und dann trainieren und so weiter. Ja, und was sollte ich noch sagen? Ich werde einfach auch öfters draußen sein. Also es kann sein, dass halt um 16 Uhr manchmal nichts kommt. Da kommt um 18 Uhr Minecraft. Und halt alles ein bisschen später. Ich muss ja nicht so lange schlafen. Ja, das geht ja nicht. Schade. Ich werde das immer anders machen. Hier und hier. So. Ach, hier macht sie grösser. Auf jeden Fall immer grösser als 3. So. Ja, ich will aber nicht, dass die Menschen sterben hier. Ja, muss ich so schon so machen. Ich werde einfach die bannen, die zu viele sterben. Nein, ich darf mal das ja nicht. Ja, ich muss irgendwie da noch den Weg durchmachen. Das ist ja blöd. Wieso hat es so gemacht? Oh, ich muss es mir nachberichten. Hm. Hm. Ja, das sehe ich halt auch erst jetzt. Auf jeden Fall werde ich die dann versetzen, dem Weg. Was heißt Kurti? Kurz, wurde er erscheinert. Okay, also das wäre es mit dem Dragos News, das ist jetzt schon ein bisschen länger. Und eben morgen kommt ein anderes Dragos News, also sobald ich die Hardware einfach habe. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Dragos News oder bis zu einem anderen Video von mir. Oder im Livestream oder irgendwo. Ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken. Tschüss! Ja. Ja. Vielen Dank.